Da kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass von den Transportkilometern Schiffe immer noch die sauberste Lösung sind, weil wir, anders als auf dem Land, wo man zwischen Schiene und Straße wechseln könnte, niemand kommt auf die Idee, mit LKWs über das Meer zu fahren. Das heißt, auch hier sind... Keine Aufforderung, alles gut. Zuhören ist mir übrigens lieber. Aber auf jeden Fall ist es folgendermaßen, dass wir auch hier die Potenziale heben müssen und dass wir rechtzeitig nach vorne kommen müssen. Ganz konkret zu sagen, bei der Meierwerft in Leerpappenburg, ich habe heute noch einmal dort telefoniert, dass ich nichts Falsches sage, von 3.500 Beschäftigten bis zu 5.000 Arbeitnehmern, die mehr oder weniger rechtlos in diesen Unternehmen aus Osteuropa die Schiffe zusammenklopfen, das ist unerträglich, meine Damen und Herren, das ist unerträglich. Bereits 2013, ich weiß nicht, warum Sie sich so aufregen, gehen Sie mal hin, machen Sie das mal, dann würden Sie anders reden. Bereits 2013 berichtet die Süddeutsche Zeitung im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen bei der Meierwerft über Sklavenarbeit in Deutschland. Herr Baumann, wenn Sie aus Hamburg kommen, dann werden Sie den Spruch ja kennen. Was stimmt mit dem Junge nicht, das kann er auch nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle, dass Sie die Äußerungen der von Ihnen am Beginn Ihrer Rede genannten Personen als Phrasen abgetan haben, finde ich bemerkenswert. Der Kollege Schuster, der als nächster das Wort hat, wird darauf sicherlich antworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, warum habe ich die Vermutung, dass Sie bei meiner Redezeit heute großzügig sind? Ja, lieber Herr Kuhle, liebe Kollegen und Kolleginnen der FDP, ich habe gegen Ihren Antrag überhaupt nichts zu sagen, außer, dass Haribo-bunte Plakate noch keine moderne Partei machen. Entschuldigung. Ich empfehle an der Stelle Manfred Weber. Ich empfehle an der Stelle Manfred Weber. Wenn Sie einen Politiker suchen, wo Inhalte und Personen stimmen, dann gibt es auch einen deutschen Patriotismus. Dann wählen Sie Manfred Weber. Egal, wo Sie herkommen, aus welcher Fraktion, es ist immer eine gute Idee. Sie wollten Wahlkampf, jetzt haben Sie ihn gekriegt. Herr Dr. von Nutz. Nein, 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 Herr Kollege Schuster. Nein, 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 Moment, so geht das noch nicht. Nun ist die Redezeit, Moment, Herr Kollege von Nutz, nun ist die Redezeit mit 20 Sekunden abgelaufen. Und da die Redezeit zu Ende ist, kann ich keine Zwischenfrage mehr zulassen. Und eine Endfrage kennt die Geschäftsordnung nicht. Herr Kollege Schuster, vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie müssen mir das jetzt noch mal erklären. Wenn die Lage, wie Herr Seehofer sagt, im sichersten Land der Welt, dem können Sie ja widersprechen, das ist ja Ihr gutes Recht, wenn die Lage so prekär ist, ohne Vorratsdatenspeicherung, warum präsentieren Sie kein Gesetz? Wie viele Jahrzehnte will die CDU-CSU-Fraktion noch regieren, ohne zu liefern? Ich verstehe es nicht. Können Sie einfach mal die Rechtsprechung des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis nehmen, dass Sie nicht in der Lage sind, ein verfassungskonformes Gesetz zu präsentieren und dass wir uns mal mit Alternativen auseinandersetzen müssten? Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege von Nutz, ich lade Sie auch Sie genauso herzlich ein, an einer Gestaltung eines entsprechenden Gesetzes mitzuwirken. Aber Sie haben doch genauso Vorratsdatenspeicherung abgelehnt, wie die Kollegen von der FDP von links außen ganz zu schweigen. Und in diesem Rahmen braucht man nun einmal eine schöne, wenn es optimal wäre, eine parteiübergreifende Zusammenarbeit. Ich lade Sie herzlich ein. Natürlich hat der Bundesinnenminister recht, wenn er sagt, wir leben in einem sicheren Staat. Das ist so. Aber das Bessere ist der Feind des Guten. Ich frage mich, wer ist eigentlich in der AfD-Fraktion, der Berichterstatter für Europol? Denn es gibt ja, das hat die Kollegin Mihalic ganz richtig beschrieben, alle paar Wochen ein Berichterstattergespräch zur Sicherstellung der parlamentarischen Kontrolle von Europol, die von Herrn Irmer und Frau Mittag gemacht wird. So, da ist immer Frau Jelpke dabei, Frau Mittag ist immer dabei, Frau Mihalic für die Grünen, Herr Irmer für die Union und wir für die FDP. Warum habe ich eigentlich noch nicht ein einziges Mal im Berichterstattergespräch zur Vorbereitung der parlamentarischen Kontrolle für Europol seit der Konstituierung des Deutschen Bundestages einen Vertreter der AfD gesehen? Warum drücken Sie sich vor Ihrer Arbeit als Berichterstatter für dieses Thema? Und ist es Ihnen möglicherweise egal? Ja, also Herr Kuhle, so befruchtend scheint diese Europol-Berichterstattungssitzung nicht zu sein, weil wenn das Ergebnis ist, dass Sie hier so einen absurden Antrag vorlegen, dann können wir uns das dort schenken. Aber wir geloben Besserung. Ich denke, dafür ist die Aufgabe, nämlich organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, viel zu wichtig, als dass man auf derartige Träumereien setzen könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir für etwas Ruhe sorgen? Der Redner hat Anspruch darauf, dass man ihm zuhört, damit man auf ihn auch reagieren kann. Ich bin das Geschrei aus dem Innenausschuss gewohnt. Zunächst einmal freut es mich, dass der Kollege Schuster den Haribo-Vergleich gemacht hat, denn es ist in der Tat so, dass sich jetzt, sage ich mal, die europäischen Kräfte in der FDP kurz vor der Wahl nach vorne gespielt haben, während die Nationalliberalen jetzt einen Schritt zurückgehen müssen. Also es gibt ein paar Nationalliberale bei Ihnen, und das können Sie auch alles nachlesen. Das ist also schön. Wenn Sie dann ein europäisches FBI doch möchten, dann sind wir davon gespannt, wer dann C. Edgar Hoover Europas wird. Also insoweit, der Präsident hinter mir hat es schon gesagt, ich glaube, er ist kein Kandidat dafür, aber insoweit, glaube ich, ist da noch viel zu diskutieren. Der Antrag wird verwiesen. Herr Kollege, ich musste Ihnen jetzt bedauerlicherweise, weil ich den Kubicki machen musste, das Wort entziehen. Hallo, Freunde der Union. Ihr wollt keine Freunde sein, das ist auch in Ordnung. Das ist natürlich schwer für eine Partei, deren Bundespräsident den Mullahs in Iran zu 40 Jahre Revolution gratuliert, aber dem US-amerikanischen Präsidenten nicht zur Inauguration. Und das ist schwer für eine Partei, deren Präsident linksextremistische Konzerte bewirbt. Das ist uns klar. Und deren Bundesvorsitzende der Jugendorganisation unsere Großkonzerne verstaatlichen will. Das ist schwer für eine Partei, die selbst linksextrem und antisemitisch ist. Was ist hier eigentlich mit Herrn Gebion? Wie viele Großkonzerne gehören Ihnen eigentlich? Liebe Kollegen von der CDU, Herr Kollege, das Thema ist der Bundeswehr-Unifil. Ich bin schon beim Thema. Dann ist gut. Hören Sie auf, bitte, mit den Linksextremisten zu faktieren. Lassen Sie uns wieder ehrliche und bürgerliche Politik zu machen. Lehnen Sie mit uns diesen Antrag auf. Vielen Dank. In der Tat, muss ich als Präsident des Bundestages feststellen, dass Sie zum Thema nicht ein einziges Wort gesagt haben. Das ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Und woran liegt das? Das liegt daran, und der Kollege Silberhorn hat es angesprochen, dass die Bundeswehr inzwischen besser ausgestattet ist und dem Einsatz damit deutlich angemessener gerecht wird. Kann man nur sagen, die Trendwende funktioniert zumindest im Unifil-Einsatz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der dritte Aspekt, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, es ist entscheidend, dass unsere Soldatinnen und Soldaten das bestmögliche Material haben, das wir auch zum Einsatz bringen müssen. Und dieses Radar ist da beeindruckend. Sie haben gar nichts zu sagen, weil Sie haben sich vorhin nicht mal zur Sache geäußert. Deswegen können Sie ruhig schweigen. Von Ihrer Seite haben wir nichts zu erwarten, außer Polemik und Hass. Was wir allerdings, Herr Dr. Hofreiter, überhaupt nicht teilen, ist die Art der Skandalisierung und der Panikmache, die Sie gerade hier versucht haben. Immer wieder versuchen Sie den Eindruck zu erwecken, die CDU-geführte Bundesregierung sei untätig. Ihr Antrag bietet uns jetzt die Gelegenheit, hier das Gegenteil darzulegen. Lass mal los. Richtig, ich beginne. Herr Hofreiter, und wenn die Düngeverordnung noch fünfmal verschärft werden würde, für Sie stünde der Schuldige schon längst fest die Landwirtschaft. Das hat vielleicht funktioniert im Jahre 2013 bis 2017, aber seit es wieder eine FDP-Bundestagsfraktion gibt, bleiben diese Anschuldigungen nicht unwidersprochen, Herr Hofreiter. Mit einer derartigen Negierung wissenschaftlicher Fakten, Herr Hofreiter, machen Sie sich gemein mit all denjenigen, die aus Fake News und Angst ein politisches Geschäftsmodell auch in diesem Hohen Hause gemacht haben. Und mit denen wollen Sie sich doch eigentlich am allerwenigsten gemein machen. Aber genau das tun Sie mit solchen Reden, wie Sie eben im Deutschen Bundestag gehalten haben. Vielen Dank. Dass nur die Landwirtschaft jetzt die Bösen und die Schuldigen daran sind, dass unser Trinkwasser Probleme hat, dann muss ich sagen, so einfach geht das nicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen wir doch mal in die Praxis. Gehen wir doch mal in die Praxis. Und Herr Hofreiter, wenn Sie mir jetzt zuhören, dann können Sie vielleicht noch etwas daraus lernen. Wir haben jetzt eine Düngeverordnung, die einen höchsten Stickstoffeintrag pro 170 Kilo pro Hektar vorschreibt aus Wirtschaftspringer. Ein bisschen runter noch, dann geht es besser. Verehrte Damen und Herren, ach so, man muss es selber machen? Was muss man da machen? Neben der Uhr. Neben der Uhr. Wer war denn hier vorher? Herr Auernhammer, wo ist er? Okay, ich fange noch mal an. Und ich selbst kann, das gefällt mir so sehr im Europarat, offen mit anderen Abgeordneten, zum Beispiel aus der Ukraine, mit denen ich überhaupt partout keine gleicher Meinung bin. Ich kann mit ihm diskutieren, argumentieren, alles ohne Beschimpfung, ohne Hass und ohne Verleumdung. Wir brauchen diesen Dialog. Die russische Bevölkerung braucht den Gerichtshof für Menschenrechte und der Europarat braucht Russland. Kurz vorab, Herr Oehme, wenn Sie sich davon überzeugen wollen, was wir als FDP-Fraktion in der PVR so machen, dann unterstützen Sie doch gerne den Antrag, den unter anderem Konstantin Kuhle eingebracht hat. Thema Transparenz von Spenden an politische Parteien und Wahlkampagnen aus dem Ausland. Dokumentennummer gibt es gleich hier vorne. Meine Damen und Herren, wir können einer autoritären Regierung nur entgegentreten, wenn wir eben zusammenstehen und auf die Einhaltung dieser universellen Werte bestehen. Unverholene Drohungen, wie von Präsident Erdogan türkische Beiträge an den Europarat und an die Versammlung des Europarates zu kürzen, die zeigen deutlich, wessen Geist des Kindes er ist. Es ist mir deshalb, Russland gehört auch dazu, Herr Hebner. Es ist mir deshalb schleierhaft, warum es die Koalition in ihrem Antrag leider nicht für notwendig erachtet, auch die Türkei zu nennen. Vielen Dank, Gerald Ullrich. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade überlegt, wer morgen die beste Mannschaft ist, aber das ist ein anderes Thema. Was halten Sie für die größte Errungenschaft der EU? Die Antwort von Herrn Meuthen, den gemeinsamen Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Wenn ich das nicht wirklich gehört hätte, ich würde es nicht glauben, wenn mir das einer erzählt. Ich dachte mich, laus der Affe. Zu Hause pranken von jedem zweiten Lichtmast die Plakate der AfD mit dem Ruf nach Grenzen sichern, Grenzen sofort schließen. Und Herr Meuthen sagt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Meine Damen und Herren von der AfD, was ist eigentlich los bei Ihnen? Hat Ihr Spitzenkandidat Kreide gefressen? Oder hängt Ihre Fraktion in der Schnittchenskandalblase fest, ohne zu merken, dass sich die Welt da draußen weiter gedreht hat, auch ohne Sie hier drinnen? Wenn ich das ergänzen darf, Frau Malzak-Winkelmann, wenn Sie zitieren, wäre natürlich gut zu wissen, wenn das Hohe Haus weiß, was Sie zitiert haben und woraus Sie Herrn Weizsäcker zitiert haben. Na, das war hier wirklich nicht nach, wir haben es nicht verstanden. Es kam hier die Rückfrage, es kam hier die Rückfrage, dass wir das, vielleicht können Sie es noch mal sagen, dann haben wir es für das Protokoll. Zitate wurden gesammelt in dem Buch von Professor Roland Faubel, das Ende der EU-Romantik. Und Richard von Weizsäcker wurde seinerseits wiederum zitiert, dort, ich zitiere hier wiederum, Interview, gut, vielen Dank, Sie haben auch den Buch. Richard von Weizsäcker im Interview in Hans-Ulrich Jörges, der Kampf um den Euro, Hamburg 1998, Seite, Moment, Nein, die Seite brauche ich nicht, danke schön, aber wir haben es wirklich nicht gehört. Vielen Dank. Die AfD legt mit ihrem Plädoyer für Steuerkürzungen aber die Axt an jedes Staatswesen, an die EU und an den Nationalstaat, den sie vorgeben, zu verteidigen. Das ist die Kernfrage. Sie sind eigentlich Gegner jeglichen zivilisierten Staatswesens. Das ist der Kern. Und darum, ja, das glaube ich, Herr Gauland, das glaube ich zutiefst, darum auch das AfD-Bekenntnis, Herr Gauland, vom 13. Dezember 2017 hier am Mikrofon als sich hingestellt haben und tatsächlich ein Plädoyer für die Panama Papers, für die Steuerhinterzieher in den Briefkästen von Panama hier gehalten haben, mithilfe der Deutschen Bank. Darum auch die Bekenntnisse zu den Kürzungsorgien. Und ich zitiere Ihnen jetzt mal zwei Sätze aus dem Antrag. Der erste, die Rückholung der Digitalpolitik auf die nationalstaatliche Ebene ist angemessen. Ist ja auch klar, das Internet endet ja auch an den nationalen deutschen Grenzen in Aachen, Flensburg oder Frankfurt. Oder da kann man auch eine rein nationale Digitalpolitik machen. Danke FDP, äh, AfD, sorry, dass Sie uns mal noch mal gezeigt haben. Zweiter Satz. Die AfD ist die Partei der Freunde Israels in diesem Parlament. Unsere Fraktion Unsere Fraktion beschäftigt sich seit dem Einzug in den Bundestag mit der antijüdischen BDS-Bewegung. Die Altparteien klappern mit ihren Anträgen hinterher. Unser Antrag war der erste und unsere Fraktion hat ihn einstimmig beschlossen. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier demokratisch gewählte Abgeordnete und sitzen aus demokratischen Parteien und Herr Braun, ich wäre sehr vorsichtig mit dem Zitat Altparteien. In diesem Zusammenhang aus der aller dunkelsten Geschichte ist dieses Wort zitiert worden. Immer wieder von Josef Göppels und ich gehe davon aus, dass Sie das nicht zitieren. Vorab ein Satz zur AfD. Der Zentralrat der Juden, Herr Schuster, gestern zu ihrem Antrag gefragt hat, gesagt unter anderem, solche falschen Freunde braucht man nicht. Dazu braucht es keinen Kommentar. Und dennoch wäre es schön, wenn der Bundestag immer so geschlossen auftreten würde und sich für das Existenzrecht Israels einsetzen würde. Und so ist auch der Antrag der AfD sicherlich der weitestgehende, aber nicht verwunderlich, wenn jüdische und israelische Organisationen diese Unterstützung ablehnen, wenn in letzter Konsequenz nichts passiert, wenn man sich gegenseitig Wehrmachtsbilder schickt, über Holocaust-Mahnmale, der Schande fabuliert oder über Vogelschüsse. Frau Daktelen, ich kann ja verstehen, Sie sind gegen jegliche Waffenexporte. Und das können Sie auch jedes Mal, das können Sie auch jedes Mal sagen, aber verdrehen Sie doch nicht, verdrehen Sie doch nicht die Tatsachen dabei. Was soll denn, was soll denn die Formulierung Endverbleib anderes heißen, als das... So, jetzt ist mal Ruhe, jetzt redet der Herr Wild. Okay? Gut. Was soll denn, was soll denn die Erklärung des Endverbleibs anderes heißen, als dass diese, die Gerätschaften, die geliefert werden, in der Verfügungsgewalt des Empfängers bleiben, unabhängig davon, wohin Sie verbracht werden? Das ist doch selbstverständlich, das ist aus dem Sprachlichen her schon leicht erklärlich. Und gleichwohl müssen Sie immer wieder hier Ihre immer, immer wieder gleiche Platte auflegen. Das ermüdet. Ich rate uns allen dazu, dass wir hier zu einer Politik der Vertragseinhaltung und der Vertragstreue zurückkehren. und wir werden damit den Herrn Dehm, der die ganze Zeit dazwischen blökt, nicht zufriedenstellen können. Aber es ist etwas, was wir machen müssen, wenn wir ein Interesse daran haben und das betont die große Mehrheit des Hauses immer wieder. Und ich wehre mich dagegen, dieses Thema hier ständig instrumentalisieren zu lassen. So werden wir der komplexen, ja, aber so werden wir der komplexen Sachlage nicht gerecht, ja. Und da ärgert mich der Populismus von der linken Seite des Hauses genauso gut der Populismus von der rechten Seite des Hauses. Weil das ist reine Taktik vor den Wahlen und das hat mit seriöser Politik, meine Damen und Herren, nichts mehr zu tun. Wir fragen ihn natürlich auch, wie schon meine Vorredner, wie oft sollen wir denn eigentlich noch die gleiche Thematik anhören können. Wann setzt endlich bei den Linken und den Grünen ein Erkenntnisgewinn, ein gewisser Memo-Effekt ein? Es wäre doch grundfalsch, wenn die Regierungskoalition ihre intensiv überprüfte natürlich nicht leichtfertig abgewogene Haltung ändern würde. Und ich sage, das hatten wir schon mal. Es war 1935, als den Jüdinnen und Juden das Recht auf Eheschließung mit Nichtjüdinnen und Nicht- und Juden untersagt wurde. Und ich, das hat sehr viel damit zu tun, ich finde, in diesem Haus, in diesem Haus darf nie wieder ein Gesetz beschlossen werden, dass Menschen ihre Rechte wegnimmt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, es ist nicht alles das Gleiche. Gleiches wird gleich und Ungleiches ungleich behandelt. Intersexualität und Transsexualität sind eben nicht gleich und können daher auch nicht gleich behandelt werden. Und da, Sie dürfen doch gleich, Frau von Storch, können Sie Sie nicht beherrschen, die 30 Sekunden. Das sind die dunklen Wolken, die über die Homosexuellen in Westeuropa heraufziehen. Aber die wollen Sie, die grünen Trommler für die Multikulte Republik, natürlich nicht sehen, weil Ihnen die Zerstörung der christlich-abendländischen Kultur viel wichtiger ist als das, was danach kommt, auch wenn es der Abgrund ist. Die Grünen reden lieber über diversivitätssensible Sport- und Freizeitangebote, über Programme für die mediale Repräsentanz lesbischer Mädchen und über Geschlechtersensibilisierungsprogramme für die Polizei. Alles aus Ihrem Antrag. Das sind die Modethemen Ihrer Klientel, der Hipster, der Latte Macchiato und Mandelmilch Linken. Sie und Ihre Anhänger sollten endlich erwachsen werden und der bitteren Realität ins Auge sehen. Wenn die Fahne des Halbmondes steigt, wird die Fahne des Regenbogens brennen. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Demografie. Wer Homosexuelle schützen will, braucht keine Diversity-Strategie. Der braucht eine Strategie gegen die Islamisierung unseres Landes. Und ob es Ihnen passt oder nicht, die einzige Partei, die die Islamisierung Deutschlands verhindern will, das ist die AfD. Vielen Dank. Dankeschön, Frau von Storch. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Karl-Heinz Brunner. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, eigentlich dachte ich, schlimmer geht es nimmer, aber es geht manchmal doch noch schlimmer. Und ich will Ihnen, der Vorrednerin, einen guten Rat geben. Gehen Sie doch in die muslimischen Länder, die Sie beschrieben haben. Dort fühlen Sie sich mit Ihrer homophoben Haltung wohl. Da gehören Sie hin. Und ich sage ganz deutlich, am Tag gegen Islamophobie, diesen Tag gegen Homophobie, gegen Transphobie, sollte man noch einen Tag gegen Islamophobie und andere Religionen mit anfügen. Im Sudan, Saudi-Arabien, Jemen, Iran droht Homosexuellen gar die Todesstrafe. Und, Herr Hebner, nehmen Sie doch den Zug nach Hause. Sie müssen doch nicht hier sein. Die Bürger sollen nun Homosexualität und Transsexualität nicht nur tolerieren, sie sollen sie akzeptieren. Akzeptieren, dieses Wort, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich annehmen, gutheißen. Und was kommt denn dann als nächstes? Wird Homo- und Transsexualität unter dieser verstrahlten Regierung noch zur Staatsnorm erhoben und somit zur heiligen Pflicht für jeden Bürger? Liebe Bündnishörinnen der 90 der Grüninnen, Sie sind wahrhaft die größten Heuchler der deutschen Politik. Sie geben vor, Homo- und Transgenderfeindlichkeit zu bekämpfen und holen gleichzeitig massenhaft die Intolerantesten der Intoleranten, die größten schwulen Hasser, zu Tausenden in unser Land. Pfui, wie schäbig. Feindlichkeit gegenüber Lesben, Schwulen, Trans- und intersexuellen Menschen ist kein abstraktes Phänomen. Das ist kein ideologischer Kampfbegriff. Sie hat ein Gesicht. Übrigens, als ich vor 23 Jahren mein Coming-out hatte, habe ich unheimlich viele positive Erfahrungen gesammelt. Aber es waren so rechtsextrem gesinnte Leute wie Sie, die mir das Leben damals auch durchaus schwer gemacht haben. Und deshalb hören Sie damit auf, dieses Klima in dieser Gesellschaft weiter anzuheizen. Ich denke, was wir zunehmend auch lernen müssen, ist, Argumente eines anderen anzuhören und auszutauschen. Sehen Sie, das ist genau das. Ich kann meinen Satz gar nicht vollenden. Sie reden mir ständig und anderen ständig dazwischen. Und das ist doch eigentlich unsere Kultur. Und deswegen machen wir die Aktuelle Stunde. Und ich, Herr Lehmann, ich meine, wenn ich mich gegen die Ehe für alle aus bestimmten Gründen entschieden hatte, lasse ich mich noch lange nicht in die Nähe von faschistischen Einstellungen transportieren. Ich bin grundsätzlich einer – – –